Moin meine Freunde, heute lesen wir zusammen mal ein Märchen. Für euch ist das natürlich nur zum Hören, ich lese. Und ich wollte das einfach mal auch als neues Format auch mal hier versuchen und auch probieren, wie das halt bei euch ankommt, ob ihr das ganz gut findet. Könnt ihr ja auch in den Kommentaren reinschreiben. Zum Einschlafen denke ich ist das mal ganz gut. Ich habe ja von einigen schon Feedback bekommen, dass meine Stimme sehr, sehr angenehm geworden ist. Heute lesen wir auf jeden Fall ein Märchen der Brüder Grimm. Das Märchen heute ist Rapunzel. Das lesen wir heute mal. Ja, ich bin das lesensmächtig. Da könnte man jetzt auch schon wieder drüber lachen oder es auch mal lassen. Und mal keine dummen Sprüche bringen. Rapunzel, es war einmal ein Mann und eine Frau. Die hatten sich schon lange ein Kind gewünscht und nie eins bekommen. Endlich aber war die Frau guter Hoffnung. Diese Leute hatten in ihrem Hinterhaus ein kleines Fenster. Daraus konnten sie in den Garten eine Fee sehen, der voll von Blumen und Kräutern stand allerlei Art. Keiner aber durfte es wagen, in den Garten hineinzugehen. Eines Tages stand die Frau an diesem Fenster und sah hinab, da erblickte sie wunderschöne Rapunzeln auf einem Beet und wurde so lüsternd danach und wusste doch, dass sie keine davon bekommen konnte. Da sie ganz abfiel und elend wurde. Ihr Mann erschrak endlich und fragte nach der Ursache. Ach, wenn ich keine von den Rapunzeln aus dem Garten hinter unserem Haus zu essen kriege, so muss ich sterben. Der Mann, welcher sie gar lieb hatte, dachte es mag kosten, was es will, so willst du ihr doch welche schaffen, stieg eines Abends über die hohe Mauer und stach in aller Eile eine Hand voll Rapunzeln aus, die er seiner Frau brachte. Die Frau machte sich sogleich Salat draus und aß sie in vollem Heißhunger auf. Sie hatten ihr aber so gut, so gut geschmeckt, dass sie den ganzen Tag noch dreimal so viel Lust bekam. Der Mann sah wohl, dass keine Ruhe wäre, also stieg er noch einmal in den Garten allein. Er erschrak gewaltig, als die Feder entstand und ihn heftig scheut, dass er es wage, in ihrem Garten zu kommen und daraus zu stehlen. Er entschuldigte sich, so gut er konnte, mit der Schwangerschaft seiner Frau und wie gefährlich es sei, ihr dann etwas abzuschlagen. Endlich sprach die Fee, ich will mich zufrieden geben und dir selbst gestatten, Rapunzeln mitzunehmen, so viel du willst, wofern du mir das Kind geben wirst, womit deine Frau jetzt so geht. In der Angst sagte der Mann alles zu und als die Frau in Wochen kam, erschien die Fee sogleich, nannte das kleine Mädchen Rapunzel und nahm es mit sich fort. Diese Rapunzel wurde das schönste Kind unter der Sonne, wie es aber zwölf Jahre alt war, so schloss es die Fee in einem hohen, hohen Turm, der hatte weder Tür noch Treppe, nur bloß ganz oben war ein kleines Fensterchen. Wenn nun die Fee hinein wollte, so stand sie unten und rief, Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter. Rapunzel hatte aber prächtige Haare, fein wie gesponnen Gold und wenn die Fee so rief, so band sie sie los, wickelte sie oben um ein Fensterhaken und dann fielen die Haare zwanzig Ellen tief hinunter und die Fee stieg daran hinauf. Eines Tages kam nun ein junger Königssohn. Durch den Wald, wo der Turm stand, sah das schöne Rapunzel oben am Fenster stehen und hörte sie mit so süßer Stimme singen, dass er sich ganz in sie verliebte. Da aber keine Türe im Turm war und keine Leiter so hoch reichen konnte, so geriet er in Verzweiflung, doch ging er alle Tage dem Wald hinein, bis er erst einsmals die Fee kommen sah, die sprach, Rapunzel, 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 lass dein Haar herunter. Darauf sah er wohl, auf welcher Leiter man in den Turm kommen konnte. Er sah sich aber die Worte wohl gemerkt, die man sprechen musste. Und des anderen Tages, als es dunkel war, ging er an den Turm und sprach hinauf, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Da ließ sie die Haare los und wie sie unten waren, machte er sich daran fest und wurde hinaufgezogen. Rapunzel erschrak nun anfangs, bald aber gefiel ihr der junge König so gut, dass sie mit ihm verabredete, also er solle alle Tage kommen und hinaufgezogen werden. So lebten sie lustig und in Freuden eine geraume Zeit und die Fee kam nicht dahinter, bis eines Tages das Rapunzel anfing und zu ihr sagte, Sag sie mir doch, Frau Gottl, meine Kleiderchen werden mir so eng und wollen nicht mehr passen. Ach, du gottloses Kind, sprach die Fee, was muss ich von dir hören? Und sie merkte gleich, wie sie betrogen wäre und war ganz aufgebracht. Da nahm sie die schönen Haare Rapunzels, schlug sie ein paar Mal um ihre linke Hand, und griff eine Schere mit der rechten Ritsch-Ritsch, waren sie abgeschnitten. Darauf verwies sie Rapunzel in eine Wüste nahe, wo es ihr sehr kümmerlich erging und sie nach Verlauf einiger Zeit Zwillinge, einen Knaben und einem Mädchen gebar. Denselben Tag aber, wo sie Rapunzel verstoßen hatte, machte die Fee abends die abgeschnittenen Haare oben am Haken fest und als der Königssohn kam, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, so ließ sie zwar die Haare nieder, allein, wie erstaunte der Prinz. Als er statt seines geliebten Rapunzels die Fee oben fand, weißt du was, sprach die erzürnte Fee, Rapunzel ist für dich Bösewicht auf immer verloren. Da wurde der Königssohn ganz verzweifelt und stürzte sich gleich den Turm hinab. Das Leben brachte er davon, aber die beiden Augen hatte er sich ausgefallen traurig, irrte er am Wald herum, aß nichts als Gras und Wurzeln und tat nichts als Wein. Einige Jahre nachher gerät er in eine Wüstenei, wo Rapunzel kümmerlich mit ihren Kleidern lebte. Ihre Stimme deuchte ihm so bekannt, in demselben Augenblick erkannte sie ihn auch und fällt ihm um den Hals. Zwei von ihren Tränen fallen in seine Augen, da werden sie wieder klar und er kann damit sehen wie sonst. Ja, das war's auch. Das war ein kleines Märchen. Hört einfach mal rein, wenn ihr Lust habt. Und bis demnächst. Das war's. Vielen Dank.